So, wir haben jetzt den Lurker. Das ist natürlich für den Livestream blöd. René, bewege dich. Wir haben ein Monster direkt. Bist du hier drin? Bist du der Vater? Ich bin der Vater. Unser? Warum hast du die Regale hinter dir nicht aufgemacht? Weiß ich nicht. René? Oh nein, oh Gott, ich mach die Tür zu. Ich mach die. Nein, es reißt die Tür auf. Es drückt die Tür zu. Geh weg. Geh weg, weiche von mir. Da ist es. Da rennt es. Es ist hinkhaft. Es ist hinkhaft. Wie es da steht. Oh Gott. Ich hab noch seinen Arm gesehen. Wo bist du? Ich weiß es nicht. Da, ich seh dich. Hier ist ein Schlüssel. Komm, komm, komm. Küche. Küche, wo ist die Küche? Hier. Küche, komm her. Küche, komm her? Ja, ist offen. Ja, Lurker sind geil. Da hast du recht. Ich hab mich schon tot erschrocken. Ich weiß noch einmal, stand ich in der Küche auch. Ich stand in der Küche halt. Allerdings, ja. Hinter mir war einer mit einer Taschenlampe und dann hat der auf mich geleuchtet und dann war aber auf einmal der Lurker-Schatten da und da hab ich mir richtig angekackt. Nee, war tot, so war es. Den Toten hatten wir, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber die haben früher hier einmal die Taschenlampe angelassen, wenn die tot waren und dann hat er im Schein ein Schlüssel. Hier ist auch noch eine offene Tür. Ein rostiger Schlüssel. Ich weiß leider nicht genau, was für wo es ist und hier ist nichts. Hier ist nichts. Wie Sie sehen, gehen Sie raus. Oh nein, der weiß, wo wir sind. Oh, lass die Tür zu. Ich hab's gehört. Nicht los. Er ist direkt. Ich hab ihn gesehen. Er war kurz vor einer Tür, als er wieder verschwunden ist. Also ist wieder weg. Nein. Kannst du die Tür wieder auf? Ja, nee. Mach die Tür auf, wir müssen. Der erscheint gleich wieder. Ja, er wahrscheinlich hier drin, wenn er schlau ist. Weg hier. Kannst du den Schlüssel hier benutzen? Nein. Scheiße, Mann. Wo ist der Schlüssel? Waren wir nicht eben noch zu dritt? Ach nee. In dem Spiel noch nicht. Aber nein. Hä? Oh, der Locker. Mach die Tür zu. Tür zu. Bist du in der Küche? Ich hab Schlüssel gefunden. Stahlschlüssel. Oh Gott, ich stehe da vor mir. Ganz scheiße. Ich kann nicht. Alter. Ey. Der ist, ich hab, ich dachte, der ist nicht da. Alter, scheiße. Ich glaube, du wurdest gerade verschont. Ich glaube, ich wurde wirklich verschont gerade. Rennen. Ah, Tür zu. Oder? Nee. Dann bin ich mal rausgekommen, wenn der hier sporkt. Hier ist das Büro. Oh nein, das meine ich doch gerade. Oh, fuck. Hier kannst du auch nochmal gucken, du hast so viele Schlüssel. Ich hab Geräusch gehört. Ich hör sie auch. Da ist alles warm. Gut. Gut. Das ist alles warm. Oh Gott, Rem. Rechts die Tür. Die geht auf. Du musst sie aufmachen. Du musst sie aufmachen. Du musst sie aufmachen. Alter, wie viel Schlüssel hast du jetzt? Alle. Alle. Die da? Aufgeschlossen. Nicht aufgemacht. So, die Schublade. Das ist in der Nähe. So, zu, zu. Es ist in den Zimmer. Ah. Gottes. Sag's nicht. Warum nicht? Lureka. Lureka, Lureka. Fack, schreibt da. Was rief. Oh Gott, da ist das Monster. Oh, es hat ihn abgeschlachtet. Und den anderen auch. Ne, rief er weg. Nein, nein. Das ist das Monster. Du rettest dein Leben. Du musst ihn nicht verschonen. Schlacht ihn einfach. Ist nicht schlimm. Oh Gott. Ne, ne. Nimm die Taschenlampe auf den Tisch. Nimm die Batterie und renn weg. Ne, ne. Ja, was macht der denn? Was machst du, ist die Frage. Er geht wieder. Nimm die Batterie jetzt vom Tisch. Direkt vor dir. So. Das war arschlich hart. Wir sehen es fast gar nicht. Er hat eh keine Chance, wenn ich rauszukommen. Wer weiß nicht, wohin. Was? Zur Hölle. Ja, noch rein. Siehst du fest. Geil. Das ist der Mist. Oh Gott. Du bist tot. René ist gestorben. Engelisch. Man hat nichts gesehen. Egal. René ist tot. Oh Mann. Hier ist ne... Oh Gott. Oh Gott. Tu mir hier. Wo ist die denn jetzt? In der Küche. Was war das? Sie ist hier irgendwo. René hat es erwischt. Das wird es auch nicht. Ich wurde aufgegessen. Er war gerade direkt vor mir. Ich habe ihn nicht gesehen zuerst. Ich bin ein kranker Glückstyp. René hat es erwischt. Ich bin mal kurz in der Küche. René geht jetzt ins Bett. Nein. Ich brauche was Neues zu trinken. Ich nutze mal den Break. Ich weiß nicht. Ich kack mir ein. Hier drin. Nichts. Ach so. Alles piept. Oh Gott. Oh Gott. Mach die Tür zu. Oh Gott. Oh. Oh. Das war ja gemein. Da ist er. René. Wir müssen weg von ihr. Wir müssen weg von ihr. Wir dürfen nicht zu nahe bei ihr bleiben. Das lädt die glaube ich schneller auf. Hast du gar nicht gehört? Weg da. Wenn die aufgeladen ist, sprintet die. Dann sind die tot. Oh. Fuck. Oh. Warum warst du schon wieder auf dich? Immer wenn es ist, du bist schon das Zeug warst, dass mir sowas passiert. Ich schreck mich immer zu Tode. Die war eben noch woanders. Aber man hat es voll gesehen. Du bist voll reingerannt. Mach die Tür zu. Ja, ich bin gegen gerannt und habe mich zu tun. Bevor ich rausgehe, will ich eigentlich sicher sein, dass wir da nicht draußen sofort erschlagen werden. Da links steht es oder? Links? Oder? Nee, das war der Rollstuhl. Okay, geh raus. Okay, mach die Tür auf. Sprit raus. Oh fuck! Mach die Tür zu! Mach die Tür zu! Ich stand da noch. Lass die Tür zu! Ja. Die Tür ist offen. Du hast sie wieder aufgemacht. Nein. Die steht da nur. Guck du. Ich sehe sie nicht. Also, keine Ahnung. Ich höre krasse Musik. Ich glaube, sie ist am Rennen. Was war das? Das war Ingame Voice. Ich habe Ingame Voice. Ja, ich weiß. Ich sehe sie. Da steht sie. Ja, ich sehe sie auch. Oh mein Gott. Sie ist die Krasser. Jetzt nicht mehr. Ja, lass die Tür zu! Okay, geh wieder. Geh schnell. Ich glaube, jetzt können wir gehen. Und dann links raus. Mach die Tür auf und links raus. Ist weg. Ich überprüfe die Türen hier. Hier ist einer. Oh Gott! Das ist weg! Bist du tot? Bist du tot? Ja. Scheiße. Scheiße. Aber dass ich das Monster so lange nicht gesehen habe, macht mir am meisten Sorgen, ehrlich gesagt. Vielleicht unverständlich für mich. Ah! Ich kann nicht. Scheiße. Ist das ein Scan? Ich habe keine Ahnung. Nein, links ist sie! Hast du geguckt, ob die Tür aufgeht? Nee, wo bist du hin? Ah! Fuck! Was ist los? Ah! Scheiße!